Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der QSO4U-Hilft-Reihe. Heute mal mit einem Thema, das jetzt nicht unbedingt was mit einem PC-Helpdesk zu tun hat, sondern eher eine Meinungsfrage bzw. mal eine Erklärung beinhaltet für die aktuellen Geschehnisse. Ich meine, die Medien haben ja bereits ausführlichst über die Terroranschläge in Paris berichtet. Wir wollen da nochmal ein bisschen Hintergrundinformationen von der technischen Seite liefern, die wir geben können. Also das sind jetzt alles Informationen, sag ich mal, die sind jetzt nicht irgendwie ganz speziell oder herausgekramt aus den Tiefen irgendwo oder auch Mutmaßungen, sondern das ist zum größten Teil erstens mal Wissen und zum größten Teil, sag ich mal, gesunder Menschenverstand, der da zusammentrifft. Und leider Gottes trifft Letzteres nicht mehr so oft jetzt in den letzten Tagen bei vielen Leuten zu, sondern eher der blanke Hass und Menschenverstand ist da oftmals nicht mehr vorhanden. Ist auch irgendwo mal nachvollziehbar, sag ich mal, aber man kommt halt damit nicht gerade weit. Wir haben jetzt mal so ein paar Fragen zusammengetragen, die zum Beispiel mir jetzt des Öfteren im privaten Kreis gestellt werden. Man ist ja dann doch immer der IT-Fuzzi und derjenige, der sich mit der komplizierten Technik angeblich perfekt auskennt. Und deswegen kriegt man da mal so Fragen. Zum Beispiel die eine Frage, die jetzt immer auch durch die Medien gegeistert ist. Ich habe hier mal eine seriöse Quelle aufgerufen, aber es gibt auch durchaus andere Quellen noch. Ja, die IS-Terroristen sollen angeblich über den Messenger-Telegram kommuniziert haben. Und was ist denn davon zu halten und das Ganze nochmal zu sehen in Verbindung mit der Vorratsdatenspeicherung. Nun ja, also erstmal fangen wir mal bei der Vorratsdatenspeicherung an. Die Franzosen haben bereits seit 2006 Vorratsdatenspeicherung. Ähm, und ich meine, man könnte jetzt böse sein und könnte sagen, ja gut, das hat denen einfach nichts gebracht. Ähm, und das ist auch kein Wunder. Also das hat nichts mit den Franzosen zu tun, dass sich die irgendwie zu blöd anstellen oder was weiß ich. Sondern das ist einfach Grund der Sache, sag ich mal. Oder es liegt an der Sache, an der Vorratsdatenspeicherung. Und die wird in Deutschland genauso wenig funktionieren, wie sie in irgendeinem anderen Land funktionieren wird. Und hier sieht man eben, dass die zwölfmonatige Speicherung von Kommunikationsdaten zur Terrorismusbekämpfung bereits am 23. Januar 2006 eingeführt wurde in Frankreich. Ähm, ja, und wie gesagt, man könnte halt jetzt sagen, ja, das hat denen auch nichts gebracht. Es hat denen vielleicht ein bisschen was gebracht, das kann ich nicht beurteilen, aber es konnte natürlich die Anschläge nicht komplett verhindern. Das kann keine Vorratsdatenspeicherung. Die ist lediglich dann vielleicht hilfreich, wenn man solche, ja, Anschläge aufklären möchte und kann dann auf die Daten zugreifen. Ähm, aber ich sag mal so, in der Fülle der Daten, die jetzt mittlerweile durchs Netz rauschen, ist es ganz schwierig, da jetzt die wichtigen Informationen von den unwichtigen zu trennen. Und ich meine, diese Leute, die stellen sich ja auch nicht dumm an, sag ich mal. Also, ich will jetzt hier kein Tutorial geben, wie, ähm, kann ich das Ganze möglichst unkompliziert machen. Aber ich sag mal so, oder wie kann ich, äh, Kommunikation abwickeln, ohne dass jemand was mitbekommt. Was viele Leute immer vergessen, es gibt ja zum einen natürlich die digitalen Medien, äh, wie zum Beispiel WhatsApp, Telegram, Facebook, Twitter. Aber, wir gucken mal, wir sind bei QSO4U. Was gibt es denn noch? Genau, es gibt auch noch Sprachfunk, es gibt Datenfunk, unabhängig vom Internet. Und das Ganze lässt sich zum Beispiel mit einem WLAN-Accesspoint oder mit einer WLAN-Richtfunkstrecke auch bewerkstelligen. Also, ich könnte mir vorstellen, dass zum Beispiel auch einiges abgewickelt wird außerhalb der, ähm, sag ich mal, überwachten Medien. Das heißt also unabhängige Kommunikation. Und da müsste ich dann, oder ortsgebundene Kommunikation, da müsste ich dann vor Ort sein, um zum Beispiel da den Funkverkehr abhören zu können. Beziehungsweise, ich nehme mal an, dass die auch nicht ganz dumm sind und haben das verschlüsselt. Und das Ganze wahrscheinlich auch noch nach eigenen Algorithmen. Das heißt also, man müsste das Ganze dann auch wieder aufknacken. So, und was ist jetzt eigentlich mit Telegram? Telegram ist ja ein eigentlich ganz harmloser Messenger, ähm, ähm, der eine Alternative, eine super Alternative zu WhatsApp bietet, der auch eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung hat. Ähm, und an dem Ganzen, was hier, ähm, eigentlich sich aufgetan hat mit IS und, ähm, haben die jetzt darüber kommuniziert, kann man nur so viel dazu sagen. Es scheint wohl so gewesen zu sein, dass auch der Messenger-Dienst öffentliche Chats, die halt solches Gedankengut beinhalten, gesperrt haben. Aber das Ganze passiert auf Twitter, das passiert auf Facebook. Es gibt überall Idioten, sag ich mal, die solche Sachen posten oder Sympathisanten, die da eben ihre Propaganda loswerden wollen im Netz. Und das Ganze wird natürlich gelöscht. Aber per se liegt es nicht an den Dienstleistern, die solche Kommunikationsmöglichkeiten bereitstellen. Und dann noch zu dieser Frage, ähm, das ist meine persönliche Meinung, brauchen wir mehr Verschlüsselung, brauchen wir Verschlüsselung? Und jetzt auch im Hinblick auf solche, äh, solche Anschläge, sollte man dann überhaupt noch Verschlüsselung zulassen? Das Erste ist, Terroristen halten sich nicht an Gesetzen. Das heißt, wenn man solche Verschlüsselung verbieten würde, ähm, oder Ähnliches, die werden sich nicht dran halten, die werden trotzdem verschlüsseln. Das ist natürlich so. Und das andere ist, Verschlüsselung ist ja nicht dazu da, um Terroristen zu fördern, irgendwie zu verstecken, sondern es ist auch zum Beispiel da, um unsere Wirtschaft am Laufen zu halten. Deswegen eine Verschlüsselung abzuschaffen, das schafft richtig viele Probleme, weil zum Beispiel dann auch unsere, ja, ich sag mal so, Deutschland, das Land der Dichter und Denker, wie es ja eigentlich mal war oder wie es immer heißt, äh, wir leben natürlich von unserem Know-how und wird das Know-how geklaut, weil die Daten unverschlüsselt übers Netz übertragen werden und dann, ähm, meinetwegen falsche Hände geraten oder die Hände der Konkurrenz, wäre das natürlich blöd. Deswegen wieder ein Argument für eine Verschlüsselung. Ähm, das andere ist natürlich auch, ähm, Betrüger allgemein. Ich meine, was wäre Online-Banking ohne Verschlüsselung? Also, das muss man sich mal überlegen. Also, es geht nicht ohne Verschlüsselung. Und, ähm, derzeit ist es ja so, dass sehr viele Mails einfach wegen, ähm, Bequemlichkeit, wegen der Komplexität noch unverschlüsselt durchs Netz geschickt werden. Das liegt halt einfach daran, wie ich schon gesagt habe, Komplexität, es ist einfach für den Laien total schwierig, so eine Verschlüsselung einzurichten. Wir werden, denke ich mal, auch noch ein paar Videos dazu bringen. Es kommen jetzt nach und nach Tools auf den Markt, die das Ganze ein bisschen erleichtern sollen. Aber so der Einstieg in die Verschlüsselung oder Allgemeinverschlüsselung ist halt sehr schwierig. Und aus meiner Sicht ist eine Verschlüsselung nur so sicher, sag ich mal, äh, wie der Nutzer sie selbst auch handhabt. Also, die Rede ist zum Beispiel von so Mehrfachverschlüsselung, also dass man mit mehreren Schlüsseln arbeitet. Was bringt mir das, wenn ich ein Passwort für eine Verschlüsselung über einen unverschlüsselten Kanal schicke und dahinter gleich die verschlüsselte Nachricht? Also wenn, dann muss das natürlich getrennt sein. Und, ähm, dann bringt Verschlüsselung was. Oder was bringt es, wenn der Anbieter selbst auch in die Verschlüsselung mit eingreifen kann? Das ist natürlich ein Schutz gegen Hacker, die von außen, sag ich mal, den Datenverkehr, also Man in the Middle nennt sich das Ganze, mitsniffen den Datenverkehr und versuchen, den auszuwerten. Da ist natürlich eine Transportverschlüsselung wichtig, aber im Endeffekt, der Anbieter kann immer noch auf die Daten zugreifen. Wenn die Management Software, also das Backend von der Firma, von dem Hoster, gehackt wird, kommt man natürlich trotzdem noch an die Daten. Deswegen bin ich ein großer Freund davon, dass eben Verschlüsselung in der Hand des Anwenders liegt. Und die privaten Schlüssel auch nur beim Anwender zu finden sind. Und dass der Betreiber auch 0,0 Möglichkeiten hat, äh, oder nur mit erheblichem Aufwand, äh, an die Daten ranzukommen. Und deswegen, sag ich mal, bin ich prinzipiell schon mal für Verschlüsselung. Und ich glaube nicht, dass wir das Problem mit IS-Terroristen lösen würden, wenn wir erstmal eine Vorratsdatenspeicherung haben, zweitens mal keine Verschlüsselung mehr. Ähm, das würde nichts bringen. Also wir haben das Problem, wir sollten das Problem eher, das ist jetzt meine politische Meinung, eher bei der Wurzel packen und sollten nicht versuchen, schön, ähm, das Ganze außenrum schön zu bauen, sag ich mal. Das bringt überhaupt nichts. Man muss gucken, wo kommen solche Leute her, wie entsteht sowas überhaupt, äh, und wie kann sowas entstehen in unserer heutigen Zeit. Und da sollte man anpacken und sollte nicht solche Verschlüsselungsmechanismen oder eben auch Messenger, äh, schlechtreden. Telegram ist, weiß Gott, war nicht ein, nicht der, der allerbeste Messenger, auch was Verschlüsselung angeht, ist es nicht das Beste vom Besten, aber zumindest gibt es dort eine Verschlüsselung und es ist gut, dass dort verschlüsselt wird. Ähm, aber er ist halt jetzt aufgefallen, weil angeblich die Terroristen darüber kommuniziert haben sollen, aber da gibt es nicht nur Telegram, sondern da gibt es zum Beispiel auch das Playstation-Online-Netzwerk. Angeblich ist eine Playstation gefunden worden bei einem der Terroristen. Dann ging auch das Gerücht rum, ja, ähm, die hätten wohl über Playstation-Chats kommuniziert. Das Ganze ist natürlich sehr, ähm, wie soll ich sagen, das regt so ein bisschen zum Schmunzeln an, ist natürlich ein ernstes Thema, aber, ähm, Playstation-Chat, also ernsthaft, ich, also daran glaube ich ehrlich gesagt nicht. Ähm, und selbst wenn sie es gemacht haben, ist es vielleicht nicht mal so dumm, weil es eben so zum Schmunzeln ist. Ich meine, man muss sich mal überlegen, wenn man jetzt in einem, ähm, ja, Chat von Battlefield oder Call of Duty oder so von Bomben spricht oder schreibt, dann ist es natürlich wesentlich unauffälliger, wie wenn man das jetzt in einer normalen Google-Mail macht oder irgendwie, äh, über WhatsApp schreibt. Das ist natürlich die eine Geschichte und, ähm, die andere Geschichte ist halt einfach wieder, wo ich mir denke, okay, warum nutzen die überhaupt solche, ähm, solche Netzwerke, solche Messager, ähm, ich kann mir vorstellen, da steckt so viel Geld dahinter, äh, hinter diesen Organisationen, ähm, dass die eigene Server betreiben, dass die eigene Software im Einsatz haben und dann wird das Ganze nämlich schon sehr schwierig, weil wenn ich über ein VPN-Netzwerk, ein verschlüsseltes, ähm, auf meinen eigenen Server zugreife und da dann auch meine eigene Software laufen habe, die vielleicht dann nochmal innerhalb des VPNs verschlüsselt überträgt, dann wird es den Sicherheitsbehörden so schnell nicht möglich sein, ähm, da mitzuhören und das auszuwerten und wenn das noch ein eigenes Protokoll ist, wird es noch schwieriger und ich gehe mal fast davon aus, äh, dass das Ganze auch so bei denen abläuft und, ähm, bestes Beispiel ist zum Beispiel, man betreibt einen eigenen Webserver, man hat eine Verschlüsselung, äh, Transportverschlüsselung zwischen seinem Mail-Client, ähm, und seinem Server und alle Postfächer, die praktisch die Nachrichten empfangen, haben, oder liegen auf dem gleichen Mail-Server. Ja, was, was will man da machen, ne, wenn der Mail-Server selbst betrieben wird, die Verschlüsselung auch selbst installiert wurde zwischen dem Client und dem Server, dann hat man relativ wenig Möglichkeiten, da reinzugucken und dann bringt auch eine Vorratsdatenspeicherung recht wenig. Man sieht dann, okay, äh, wenn man das Handy hat, dazu muss man natürlich erstmal wissen, wer der Terrorist ist, ähm, und, ähm, da kommt man ja dann erstmal nicht hin, da kommt man auf diesen Trichter ja erst, wenn's dann schon zu spät ist, deswegen sage ich ja, Vorratsdatenspeicherung bringt wahrscheinlich erst nur was, wenn's schon passiert ist, und dann könnte man hergehen und kann sagen, okay, der hat von dieser Uhrzeit zu dieser Uhrzeit, ähm, ja, zu diesem Server Kontakt gehabt, aber dazu muss man erstmal wissen, ist es überhaupt ein Server der IS oder ein Server der, äh, sonstigen Terrororganisationen, das kann man natürlich nicht sehen. Es gibt so viele IP-Adressen im Netz, es gibt so viele Server im Netz, jeder Rechner, der mit dem Internet kommuniziert, äh, kommuniziert mit zigtausend IP-Adressen täglich, ähm, ohne dass man viel surfen muss, allein schon bei einer Website, äh, die ein paar Sachen eingebunden hat, Werbung und so weiter und so fort, sind schon mal ein paar IP-Adressen weg, wenn man sich dann noch überlegt, dass im Hintergrund der Virenschutz-Updates runterlädt, Microsoft, äh, zig, ähm, IP-Adressen hat, und, äh, das Ganze summiert sich dann und dann wird es irgendwann ziemlich schwierig, da, äh, dahinter zu steigen, ähm, es ist nicht unmöglich, aber es ist eben schwierig und wenn dann eine eigene Infrastruktur betrieben wird, äh, wovon ich schon schwer ausgehe, dann ist das, was hier immer geschrieben wird mit den Messagern, äh, vielleicht noch so die Endabsprache, aber diese Leute rechnen eh damit, dass sie das Ganze nicht überleben, das heißt also, wenn dann geschrieben wird, so, wir greifen jetzt zu, äh, um XY-Uhrzeit, sag ich mal, dann, äh, ist es auch schon zu spät, dann wird da auch nicht mehr viel zu machen sein, weil wenn die fünf Minuten vorher schreiben, jetzt geht's gleich los in fünf Minuten, ähm, da kann man dann auch nichts machen und da hilft auch eine Vorratsdatenspeicherung nicht. Also, ihr seht schon, ich sehe das Ganze sehr kritisch und, ähm, ich rufe auch zur Besonnenheit auf, was das angeht, ich rufe auch dazu auf, äh, verschlüsselt eure Kommunikation, sei es über Messenger, die sowas unterstützen, nach Möglichkeit mit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, ähm, Minimum sollte eine Transportverschlüsselung sein, dass eben Daten nicht mitgelesen werden können oder man sich als eben der andere ausgeben kann, wie es früher bei WhatsApp war, da war die Daten, äh, Übertragung zum Server gänzlich unverschlüsselt, man konnte sich dann auch als jemand anderes ausgeben, das war ohne weiteres möglich, ähm, das stellt derzeit leider Gottes, äh, kein, also da gibt's kein großes Mittel dagegen, ähm, aber es gibt halt eben Messenger, die das Ganze erschweren und man sollte natürlich Ende-zu-Ende verschlüsseln. Es gibt mittlerweile auch eine nette Lösung von G-Data, übrigens, ich krieg dafür kein Geld, ich hab die nur mal mir runtergeladen, die hatten ja jetzt erst Jubiläum und die bieten einen Secure Chat an, da werde ich, denke ich mal, noch ein Video drüber machen, weil das ganz interessant ist, weil der eben nicht nur wie Telegram und, ähm, WhatsApp auf der Ebene von, ähm, Internetkommunikation verschlüsselt, sondern eben auch per SMS, per klassischer SMS eine Verschlüsselung zu jemand anders aufbauen kann und das Ganze ist dann auch Ende-zu-Ende, deswegen ganz interessant. Wie gesagt, ist eine Freeware, wer sich das schon mal angucken möchte, einfach Secure Chat, äh, beim App Store von Google eingeben, beim Google Play Store und dann könnt ihr damit schon mal kommunizieren. Gut, ich hoffe, ich konnte euch da mal so ein bisschen, äh, ja, so ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, es ist ja derzeit, sag ich mal, sehr schwierig, äh, angesichts der ganzen Lage weltweit, sag ich mal, da Ruhe zu bewahren und da Besonnenheit zu bewahren, aber es hilft uns eben nichts, wenn jetzt alle panisch hier durchdrehen und alle möglichen Daten ausgewertet werden, beziehungsweise es muss ja auch erst mal einer auswerten, es hilft ja nichts, wenn ich jetzt, äh, die ganzen Datensätze irgendwo abspeichere, das muss ausgewertet werden, das muss auch nach Relevanz geprüft werden und, äh, da liegt eben auch die Schwierigkeit, ähm, letztendlich, äh, muss ich ehrlich sagen, ich habe natürlich keine Patentlösung für sowas, ich habe ehrlich gesagt überhaupt keine Lösung für solche, äh, schrecklichen Taten, dass man, wie man das verhindern könnte, aber mit der Vorratsdatenspeicherung, äh, kann man das mit Sicherheit nicht, ähm, man könnte vielleicht ein bisschen bessere Aufklärung leisten, ähm, das vielleicht schon, aber das löst das Problem nicht und, ähm, ich finde das einfach ein komplett falscher, Ansatz an sowas, äh, sag ich mal, über den kleinen Bürger ranzugehen, ähm, vor allem, man muss sich auch mal überlegen, was so ein Überwachungsapparat kostet, äh, wenn man das Ganze mal mit der NSA vergleicht, die betreiben riesige Rechenzentren, äh, Petabytes an Daten, ähm, also ich habe jetzt, äh, den Artikel gerade nicht da, aber ich hatte einen Artikel vor ein paar Tagen mal gefunden, ähm, da war die Speicherkapazität von der NSA mal aufgelistet von einem Rechenzentrum und ich habe das Ganze mal, äh, durch die Weltbevölkerung geteilt und, äh, jeder Bürger hätte bei der, äh, NSA sozusagen, äh, 30 Terabyte Cloud-Speicher gehabt, ähm, und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, was dafür, ähm, Daten praktisch abgespeichert werden können und, ähm, was das Ganze letztendlich natürlich auch kostet. Wer bezahlt das, das bezahlt der Bürger und hat er dadurch, ähm, mehr Sicherheit? Ich glaube nicht und das ist eben genau das Problem und da sollte man vielleicht dann anders ansetzen, wenn es um Prävention von solchen, äh, Taten geht, ähm, aber bitte nicht mit der Vorratsdatenspeicherung, sondern wirklich mal gezielt hergehen und gucken, was für Leute sind das, wo kommen die her, ähm, was ist da schiefgelaufen, vielleicht auch schon in der Kindheit oder in der Integration, wenn es eben, was mich ja am meisten schockiert, ist halt, dass auch, sag ich mal, deutsche Bürger dann auch zu solchen, äh, Organisationen wechseln, wie auch immer dazukommen, äh, da sollte man halt mal gucken, äh, wie kann sowas passieren, ähm, und warum merkt man das einfach erst mal viel zu spät und, ähm, und vor allem, wo kommt der IS her, wo bekommt er sein Geld? Ich hatte neulich, äh, die Talkshow mit Günther Jauch gesehen und da war die Rede von Öl und, äh, von Geld, das die einnehmen, die IS, da muss man sich natürlich auch fragen, ähm, wo bekommen die das Geld her und, äh, ist es nicht möglich, den, den Geldhahn abzudrehen oder ist unsere deutsche Wirtschaft beziehungsweise irgendwelche anderen Wirtschaftsinteressen, äh, da so weit verstrickt, sag ich mal, äh, dass eben, ja, dass es nicht lukrativ ist, sag ich mal, denen den Geldhahn zuzudrehen. Ähm, aber das sind alles so Sachen, die man eben hört und dann auch wieder, ähm, da muss man dann auch mal vorsichtig sein, äh, da darf man natürlich dann auch nicht überreagieren und, äh, durchdrehen und da alles auf die Goldwaage legen, man muss halt erst mal die Informationen abprüfen, ähm, und da bin ich mittlerweile sehr skeptisch geworden, was das angeht, äh, eben auch mit dieser Information, Telegram-Messager oder auch Playstation-Chat. Ähm, mir fällt gerade noch eine lustige Geschichte ein, es war auch die Rede vom Mario-Maker, wer das Spiel kennt, da ist es ja möglich, dass man sich eigene Mario-Maps, ähm, zusammenbauen kann und da war eben auch nochmal die Rede davon, dass die darüber kommuniziert haben sollen, also dass praktisch dann anhand der Münzanordnung irgendwelche versteckten Botschaften, ähm, ja, im Spiel zu finden sind oder in den Karten, die dann untereinander getauscht werden. Und das sind natürlich, sag ich mal, ganz, ganz große Verschwörungstheorien und Spekulationen. Ich muss ehrlich sagen, ich glaube da überhaupt nicht dran, das ist aber meine persönliche Meinung. Ich glaube eher, äh, dass die viel professioneller umgehen, äh, und, und dass die halt eben, sag ich mal, unabhängig von unseren alltäglichen Kommunikationsmitteln, ähm, kommunizieren. Sie verwenden vielleicht auch Teile davon, Teile der Infrastruktur, betreiben aber dann auch eigene Services wie Server und vielleicht auch eigene Chats und Kommunikationsmittel, ähm, und das macht die Sache natürlich dann noch schwieriger. Gut, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe diesmal sehr viel geredet. Ich hoffe, das war einigermaßen interessant und ich konnte da mal so ein bisschen Einblick geben. Wenn ihr Themenvorschläge habt für neue Folgen von QSO4U hilft, ähm, gerne auch, ähm, mit etwas, äh, wie sagt man, deeperen Themen wie das jetzt hier, könnt ihr mir natürlich gerne eine Mail schicken an redaktion.qso4u.com oder ihr könnt es auch gerne in unser Forum posten. Das wird zum Glück in letzter Zeit immer mal mehr in Angriff genommen oder da werden immer mehr, äh, User registriert. Das freut uns natürlich. Es geht natürlich auch noch besser, aber, ähm, zumindest ist schon mal ein bisschen, äh, Land in Sicht. Hier könnt ihr übrigens auch Feedback loswerden. Also wenn ihr jetzt irgendwelche Anmerkungen habt, äh, wo ihr sagt, okay, das ist für einen Kommentar vielleicht doch ein bisschen zu ausführlich, dann könnt ihr das, oder ihr erwartet auf jeden Fall eine Reaktion von uns, dann macht das gerne in unserem Forum. Da könnt ihr auch natürlich nicht nur zu unserem Video Stellung nehmen, sondern auch vielleicht zu unserem Projekt allgemein oder ihr habt irgendwelche Fragen, Anregungen. Äh, da seid ihr auf jeden Fall gut aufgehoben. Ähm, das gesamte QSO4U-Team, also nicht nur ich jetzt hier als Moderator dieser Sendung, äh, äh, schaue da rein, sondern eben auch das komplette Team. Und da gibt es dann halt auch Antworten von anderen Leuten, die zum Beispiel bei uns andere Bereiche betreuen. Ähm, da seid ihr dann auf jeden Fall recht gut aufgehoben. In diesem Sinne wünsche ich euch jetzt noch eine schöne Zeit bis zum nächsten Video. Ich hoffe, wir schaffen es nächste Woche wieder ein Video rauszubringen. Äh, ist im Moment echt ein bisschen stressig gewesen. Wir haben jetzt noch so ein paar Sachen, die sind jetzt noch im Endspurt. Ähm, was das für Sachen sind, die erfahrt ihr dann im Jahresrückblick, den es natürlich im Dezember wieder geben wird. Ähm, und wie gesagt, wir hören uns dann hoffentlich nächste Woche wieder. Euer Steffen Kolb von QSO4U Tech. Und wie gesagt, wir hören uns dann noch ein paar Sachen, die sind 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 noch ein paar Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017